Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von VRising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch in diesem kurzen Video auf jeden Fall gute Unterhaltung und viel Spaß. So, es hat sich bei mir ein bisschen was getan. Die Bosse könnt ihr, also kann ich für mich getrost alle vergessen, weil die sind solo nämlich für mich nicht machbar. Frustet unglaublich, aber nichtsdestotrotz gebe ich euch noch ein kleines Video, weil ich nämlich umgezogen bin. Wie ihr seht, wir waren ja vorher in den Silberleithügeln, ziemlich im Süden hatte ich das zweite Schloss hochgezogen und jetzt habe ich mich in die Mitte ungefähr ins Zentrum verfrachtet, weil wir oder bzw. ich jetzt primär schaue, weil ich ja bei den Bossen nicht mehr weiterkomme, bei den letzten drei großen, dass ich auf die perfekte Blutqualität oder auf die perfekte Blutgruppe setzen möchte. Das gestaltet sich schwer. Es gibt aber drei Farmspots, wo ihr auf jeden Fall diese abgrasen könnt, wo immer mal wieder ein Hunderter auch spawnt und zwar ist das einmal das Dorf Dawnbreak. Da wisst ihr ja Bescheid, hier oben im Grunde ab diesem, wo die Statue ist, bei diesem Rondell, wo es dann hier in die Kirche reingeht oder in die kleine Kathedrale, wo sich viele Nonnen und Gelehrte aufhalten. Dort kann man, ja, habe ich auch schon erlebt, kann man hundertprozentige Blutqualität vorfinden, aber es ist halt ein sehr seltener Respawn. Genauso wie auch im Dorf Moswick, dort findet ihr auch Gelehrte oder auch andere Klassen mit 100% Blutqualität, sowie auch hier im Dunlake Kloster und hier natürlich vorrangig auf dem erhöhten Platz, wo auch hier entsprechend immer eine Patrouille mit drei, vier Gelehrten eben umeinander läuft und natürlich hier drin ist ja auch ein Boss und da sind ja auch nochmal gefühlte mindestens zehn Gelehrte, die auf den Bänken Platz genommen haben. Da auch immer mal wieder gucken, ob da einer dabei ist, der über die 80 oder 90% Blutqualität besitzt. Genau. Also diese drei Farmspots kann ich empfehlen, aber ihr braucht einen langen Atem. Ich habe jetzt aktuell, ach ja, und warum habe ich es hierhin gebaut? Ganz einfach, hier ist es einfach zu schwer aufgrund der ganzen NPCs mit den Musketen, dass selbst falls ihr hier irgendwo einen Hunderter irgendwo abgreift und dann zurück zu eurem Lager läuft, weil wir können ja außer Pferd nichts anderes benutzen, dann ist es hier ziemlich risikobehaftet, weil euer, ja, überzeugter sozusagen eben extrem anfällig für Schaden ist und da langt meistens schon ein Pfeil oder eine Kugel, ein Querschläger, was auch immer und wenn der dann eben getroffen wird, dann war die ganze Mühe umsonst. Deshalb davon rate ich ab. Man kann es machen, aber ich finde dieses Gebiet hier besser zum Farmen, weil wir vom Level deutlich höher sind und uns und nicht unbedingt auf unsere zusätzlichen Zauberfähigkeiten, die wir haben, angewiesen sind, können wir ja auch nicht, wenn wir in dem entsprechenden Modus sind, wo wir uns sozusagen einen NPC über, ich habe, ich vergesse es immer wieder, Entschuldigung, na, wie heißt's, jetzt blöd, über die dominierende Präsenz sozusagen angeeignet haben, dann bleibt uns ja lediglich der Primärangriff, der Sehnenschwung, also zumindest jetzt hier bei der Sense und die heulende Sense diese Fähigkeiten sind ja im Grunde alle nicht mehr verfügbar. Genau, deshalb hier auch mehr zentral, dass der Laufweg zu Dorf Mossweg, Duanykloster und Dorf Dornberg sich in Grenzen hält und man doch relativ schnell hier über die Straße dann zurück zur Basis kommt, um dann hier entsprechend im Gefängnistrakt die Gefangenen zu platzieren, nenne ich's mal. Also wir haben hier einen Krieger 100%, ich dachte auch erst, wow, cool, probierst das aus, BMOS, keine Chance. Also ich weiß nicht, Krieger, Blutqualität hatte ich mir deutlich mehr erhaft auf Rang 5, das war für mich für ein Popo, also umsonst und leider habe ich hier bei dem Caster, bei dem Gelehrten nur 64% abgegriffen, da kommen wir gerade mal auf Rang 3 und der Rang 4 wäre aber deutlich wichtiger gewesen. Wie gesagt, es ist ein müder Prozess, es dauert sehr sehr lange und ich kann es jetzt nur so weitermachen, dass ich irgendwann hoffentlich einen 100er Caster irgendwo in Schleppdau nehmen kann und dann kann ich gerne die Bosse nochmal probieren. BMOS ist bei mir momentan unten durch, auf dem Boss habe ich keinen Bock mehr, den habe ich jetzt schon dutzende Male, mindestens 15 Mal probiert, sowohl im Fernkampf, auch als im Nahkampf und das ist nur noch Frust pur und das macht mir das ganze Spiel keinen Spaß mehr. Deshalb wäre man höchstwahrscheinlich, wenn ich eine etwas bessere Blutqualität noch finde als 64%, schaue ich mir Solarus nochmal an, weil den habe ich zumindest schon mal auf 50% runtergekloppt, gut Behemoth auch, aber ja, das ist eine Spur zu krass, das ist mir der Typ oder das Viech. Und wen ich noch gar nicht probiert habe, ist der geflügelte Schrecken, weil, ne, weiß ich nicht. Da ist einfach jetzt auch Frust da, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich probiere jetzt hier nur das Notwendigste zu machen und wenn ihr mehr Erfolg habt, dann bitte, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt, ja, wie ihr es Solo gemacht habt. In der Gruppe kann das jeder, weil nämlich, ähm, das weiß man, wissen auch die wenigsten, ähm, zu zweit skaliert der Boss, zu dritt skaliert der Boss nicht mehr und zu viert skaliert der Boss überhaupt nicht. Also ab mehr wie zwei Spieler, wenn man auf einen Boss geht, skaliert der nicht mehr und deshalb aus meiner Sicht ist es unfair den Solospielern gegenüber, dass die hier bockschwere, äh, Kämpfe haben, wo jeder, ah, wo alles sitzen muss und man eben nicht die, das Privileg hat, wenn man jetzt in der Gruppe spielt, äh, dass man den anderen mal eben oder den dritten Spieler mal eben, äh, hochheilt oder, oder irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Das ist mir noch zu unausgewogen. Das ist, äh, ein Faustschlag ins Gesicht für die Solospieler, ähm, und, ähm, deshalb werde ich mich auch mit dem nicht weiter beschäftigen, weil für mich das dann auch keinen Spaß mehr macht. Ich hoffe, es kommen zukünftige Patche, die das vielleicht ein bisschen noch ausbalancieren. So, in dieser Art war es das für mich, ähm, ich werde jetzt mich nur noch damit beschäftigen, hier entsprechend die guten Blutqualitäten, ähm, zu farmen. Vielleicht auch mal vom Schurken die 100 Prozent, dass wir von unserem kritischen, äh, von unserer kritischen Trefferchance deutlich höher kommen, ähm, und dann werde ich gucken, ob ich Solaros mal mach oder, oder den geflügelten Schrecken. Ähm, es sind halt im Grunde auch nicht leichtere Bosse. Das ist halt das große Problem und ansonsten wüsste ich auch nicht mehr, was es in dem Spiel noch zu tun gibt. Leider, leider war es wahrscheinlich für mir ein großer, großer Fehler, dass ich mehr kein, in kein Online-Spiel gejoint bin, in auf einen PVE-Server, sondern gedacht habe, ach komm, spielst du solo, machst es allein, privates Spiel und jetzt habe ich den Salat. Gut. Muss ich damit leben. Wie gesagt, wenn ihr Tipps für mich habt, immer her damit, freue mich über jeden Tipp, über jeden Ratschlag, ähm, ansonsten für die ganz hart eingesessenen von euch, die vielleicht gerade auch vor so einem Problem stehen und sich sagen, ich möchte das Spiel aber unbedingt jetzt mal durchspielen. Ich würde auch nochmal von vorne anfangen. Meldet euch bei mir, dann fangen wir gemeinsam nochmal von vorne an, gehen auf einen PVE-Server, machen alles zusammen, äh, und dann, ähm, werden wir es auch schaffen. Dass wir zumindest alles gemacht haben. Genau. Okay, meine Lieben, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und es konnte euch auch ein bisschen weiterhelfen mit der entsprechenden Blutgruppe, beziehungsweise Blutqualität, ähm, das Einzige, was ich euch vielleicht jetzt noch zeigen kann, dass ihr auch mal seht, ähm, warum ich das etwas komisch finde, ähm, beim Krieger beispielsweise, ich denke beim Caster, haben wir nochmal hier vom, oh, vom Caster haben wir gar nichts mehr. Gut, ist wurscht. Also vom Krieger nur beispielsweise, dass ihr es mal gesehen habt, wenn wir 100% haben, haben wir ganz komische Sachen. Oh, gut, 10 bis 20% erhöhte physische Kraft ist klar, 8 bis 15% reduzierte Abklingzeit von Waffenfähigkeiten ist logisch, weil wir ja im Nahkampf hauptsächlich sind, beim Krieger. 7,5 bis 15% reduzierter erlittener Schaden, okay, und 25% erhöhter Schaden, wenn Gegner mit voller Gesundheit getroffen werden. Das macht bei einem Boss ja mal überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich den einmal anhaue, dann hat er keine volle Gesundheit mehr. Dann hat er halt von 100%, vielleicht nur noch 99%. Also ist eigentlich dieser Perk für ein, Entschuldigung, Arsch. Ist für ein Arsch, aus meiner Sicht. Rang 4, 15% Chance, einen Angriff zu parieren, wodurch der littene Schaden um 50% verringerte, das ist wiederum gut. Gut, hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Und das dann mein eigener, das dann das Parieren, meinen eigenen Schaden, den ich verursache, um 25% erhöht wird, habe ich nicht wirklich gemerkt bei Behemoth. Gut, und der Rang 5 ist überall bei allen gleich, dass alle oben genannten Effekte um 30% verstärkt werden. Ja, wie gesagt, Krieger bin ich halt nicht. Und ich hoffe einfach, ich finde noch das vom Caster, das 100%ige Blut. Und dann werde ich es natürlich nochmal probieren, öfters probieren. Aber jetzt ist einfach auch eine gewisse Grenze erreicht, wo es mir dann auch keinen Spaß mehr macht. Und das ist halt das Wichtigste, das soll ja Spaß machen. So, jetzt aber. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie geholfen. Jegliche Tipps, Ratschläge bitte, gerne bitte unbedingt in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn unter euch jemand ist, ein Neher oder ein Neh, total egal, ich freue mich über alles. Ihr kommt nicht weiter, ihr überlegt eventuell nochmal von vorne anzufangen, meldet euch. Dann können wir ja auch mal kurz telefonieren. Mein Gott, es ist doch nichts dabei, sich kurz auszutauschen oder eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Und dann rocken wir dieses Spiel nochmal von vorne und ich fange nochmal von vorne an. Das mache ich gerne, wenn ich weiß, dass dann das Gruppenspiel auch passt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich hoffentlich endlich die 100% Caster Blutqualität gefunden habe. Bis dahin, euch alles Gute, macht's gut, haut rein, habt Spaß, gebt Gas und ciao.